Verstecken müssen sich die Leverkusener eigentlich nicht. Gerade sind sie zum Bayernjäger Nummer 1 aufgestiegen. Und in der Champions League können sie vorzeitig den Achtelfinal-Einzug perfekt machen gegen Manchester United. An die 2 zu 4 Hinspielpleite möchte niemand mehr denken. Ich denke, wir haben unsere Lehren daraus gezogen. Wir waren da ein bisschen ängstlich, ein bisschen zurückhaltend. Wir haben zwar viele Dinge richtig gemacht, aber es hat dann nicht so gereicht. Wir haben uns jetzt gut gewappnet, wir haben uns gut vorbereitet und wir hoffen, dass wir morgen das Ganze auch umsetzen können, um das Spiel zu gewinnen. Selbstbewusstsein pur, denn zu Hause hat die Werkself die letzten acht Champions-League-Spiele gewonnen. Rudi Völler spricht bereits vom Spiel der Spiele, dem Highlight schlechthin. Erstmals wird eine Leverkusener Partie in dieser Gruppenphase im deutschen Free-TV übertragen. Zusatzmotivation für Kießling und Co. Es ist schon was Schönes zu wissen, dass jetzt quasi ganz Deutschland drauf schaut und das Ganze verfolgen will, wie wir spielen. Und da müssen wir dann einfach auch mal da sein und dann auch den Leuten zeigen, dass wir auch den guten Fußball spielen können. Natürlich ist Manchester United ein sehr guter Mannschaft mit viel individueller Qualität. Und wir müssen unseren Spielplan so machen, dass wir gegen diese Qualität gut spielen können. Den großen Glanz hat Bayer bisher nicht versprüht. Leverkusen gilt als die graue Maus unter den Spitzenmannschaften. gegen United kann sie ein anderes Gesicht zeigen. Kölligen Kölligen Vielen Dank.